Herzlich Willkommen bei Stampin' Kreativ. Mein Name ist Verena Grasmüller und ich bin unabhängige Demonstratorin von Stampin' Up. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es heißt immer wieder Montags und in meinem Video zeige ich euch heute eine Karte, eine Pop-Up-Karte und ich habe mir dazu das Stampin' Set rausgesucht. Lovely Lillipad. Ich muss gestehen, ja, es ist zwar aus der Celebration Broschüre und nicht aus dem Mini-Katalog, aber ich habe die Seerosen gesehen und dann dachte ich mir, also dann dachte ich gleich an eine Pop-Up-Karte. Es gibt ja auch in der Celebration Broschüre diese Stanzformen und die könnt ihr umsonst bekommen, wenn ihr für 120 Euro einkauft. Das Set für 60 Euro. Das heißt, wenn ihr für 180 Euro einkauft, bekommt ihr diese beiden Artikel gratis oben drauf. Das ist toll, oder? Und diese Stanzformen, zum Beispiel hier diese große Blüte, da könnt ihr genau diese Blüte hier ausstanzen. Ich habe mir das vorbereitet, dass ich euch das besser zeigen kann und so sieht sie dann aus. Das ist jetzt Wassermelone auf lüsterweißem Farbkarton gestempelt und danach ausgestanzt mit eurer Stanzmaschine. Und so sieht die aus. Die kleine ist hier und das ist jetzt das Seerosenblatt. Also ihr seht hier, sogar dieser Knick ist drin. Ganz toll. Gibt es auch einen kleinen. Hoppala. Genau. Und dann gibt es auch noch eine ganz kleine Seerose. Die sieht so aus. Genau. So. Dann habt ihr hier noch ein Stängel dabei. Hier noch ein Blatt. Das ist das hier. Könnt ihr auch. Entweder ihr benutzt mal den Stängel und das Blatt für eine normale Blume. Müsst ihr keine Seerose draus machen. Genau. Und dann habt ihr noch das hier. Das sieht dann so aus. Das könnt ihr gut für eine Hintergrundgestaltung machen. Hernehmen. Sieht eigentlich auch ganz süß aus. Wie so eine kleine Spitze. Und genau das ist auch so eine Art Stängel. Das obere vom Stängel. Und das so wie das. Das ist für die Große. Das hier ist für die Mittlere. Wenn ihr zum Beispiel das in Glitzerpapier ausstanzst, dann könnt ihr das schön über die große Blüte drüber kleben. Hier passt das so schön drauf. Dann wird das nochmal hervorgehoben. Genau. Entweder in Glitzer oder in quasi jetzt in Wassermelolekarton. Wird das nochmal ein bisschen eingerahmt. Genau. Ich habe die Stanzformen auf diesen Karton belassen. Weil der genau nämlich in so einen Stempelset reinpasst. Ihr habt euch sicherlich gefragt, warum hier die Stempel abgebildet sind. Und zwar ist, falls euch mal einer abgeht, könnt ihr schauen, welche. Also ihr nimmst das einfach hier so drauf. Dann erstens könnt ihr sehen, ob einer abgeht. Und zweitens, wie ihr die Stempel am besten hier auf dieses kleine Folienpapier drauf setzt. Genau. Einfach Folie drüber und Stempel drauf kleben. So. Genau. Dann zeige ich euch mal meine Karte. So sieht die aus. Also von vorne eigentlich wie eine ganz normale Karte. Diese Schnur stammt von dem Kombiband Magnolienweg. Da ist so eine Kordel dabei und so ein Savanne-farbenes, breites Band. Genau. Die Strasssteine im Basic. Genau. Dieser Spruch stand aus dem Jahreskatalog und zwar aus diesem Stempelset hier. Schattenspiele. Da hat mir ganz gut zusammen mit jeder Ort der schönste Ort ganz gut gefallen. So. Und jetzt klappe ich euch mal die Karte auf. So. Und ihr seht hier die Seerosen nochmal in voller Blüte schwimmen. Da hat mir auch das Hintergrund des Designerpapiers ganz gut gefallen, weil ja da auch die Seerosen auf dem Teich sind. Genau. Was natürlich jetzt bei einer Pop-up-Karte der Nachteil ist, dass kein Spruch innen ist. Also entweder ihr schreibt hier nochmal oder klebt hier nochmal herzlichen Glückwunsch rein oder einen weißen Balken, dass ihr persönliche Worte ein bisschen reinschreiben könnt. Oder ihr lasst es so. Da muss aber hier vorn der Spruch alles nötige Aussagen, was ihr braucht. Entweder ihr nehmt so Neutralen wie ich. Dann ist natürlich für diese Karte jeder passende Anlass abgedeckt. Oder ihr macht es hier drin nochmal. Ihr könnt auch statt einer Seerose einen Spruch hinkleben. Geht natürlich auch. Ihr könnt auch statt Seerosen irgendwas anders nehmen. Also mit dieser Pop-up Technik könnt ihr alles Nötige machen. Genau. Sie ist ziemlich einfach. Ich bin glaube ich auch nicht die Erste, die das macht. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Genau. Ihr seht schon, ich habe mir alles Mögliche schon ausgestanzt, was wir dafür brauchen. Ich habe mir nur einen anderen Spruch für vorne drauf ausgestanzt. Und zwar habe ich diesen Spruch, wer dem Weg des Herzens folgt, entdeckt. Die schönsten Orte. Habe ich mir ausgeliehen aus dem Set Verliebt in Paris. Das hier. Und ihr seht schon, ausgestanzt mit bestickte Rechtecke. Passt genau rein. Genau. Das ist so ein langes Teil. Das findet ihr dann gleich, wenn ihr den Spruch stempelt. Es gibt nur das eine. Okay. Genau. Gut. Dann starten wir auch gleich. Ihr braucht Designerpapier sowie zwei Farbkartone. Ich fange jetzt mal an mit in der Mitte. Ich habe hier wieder die Seerosen. Die finde ich eigentlich sehr passend. Meine Grundkarte ist Wassermelone. Also ich lasse jetzt alles heute mal gleich. Ihr könnt es ja auch abändern. Also die Grundkarte ist immer dieselbe. Ja. Designerpapier, ähm, Grundkarte, also Farbkarton, Grundkarte und in der Mitte dann Designerpapier und oben drauf, was eben dazu passt. Genau. So. Designerpapier. Da schneiden wir uns jetzt das Designerpapier bei 14,1 ab. So. Und wir nehmen einmal ganz durch. So. Und dann, nur dass ihr es nochmal seht. Also die Karte ist ganz normal und das Designerpapier, seht ihr, ist ein einziges Papier. Genau. Und die Karte misst ja 21 cm und ich ziehe mir hier von 4 ab. Das heißt 20,1. Äh, 20,6. Entschuldigung. 20,6 cm. Und das ist meine Innenkarte. So. Machen wir weiter. Dann falzen wir uns dieses Designerpapier. Ähm, in der Breite, glaube ich, ich habe es vorher falsch gesagt. Ich habe 14,1 gesagt. Es hat aber 14,4 in der Breite. Genau. Aber ich schreibe euch alles richtig unten in die Infoboxen rein. Genau. Also 14,4, ja, mal 20,6. Jetzt sind wir richtig. So. 20,6. Das heißt, die Mitte ist bei 10,3. Und hier einmal vorsichtig falzen. Genau. Nicht zu streng aufdrücken, weil Designerpapier ist dünner. So. Und jetzt schneiden wir hier unsere Popup-Streifen. Das heißt, umso weiter ihr reinschneidet, desto weiter raus kommt die Seerose. Das heißt, ich schneide mir hier an der Seite ganz wenig ab. Für meine kleine. Dann kommt meine mittlere. Da schneide ich ein bisschen weiter rein. Dann kommt meine große. Und dann kommt wieder eine kleine. Bisschen und dann knickt ihr euch das in die andere Richtung. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müssen hier diese, ähm, wie nenne ich die? Diese Teile halt hier in die Richtung gebogen werden zu mir. Und zwar hier unten. Einfach hier. Ihr knickt euch den raus und knickt euch den und drückt hier unten schon mal die Falz rein. Und dann könnt ihr hier oben auch rein drücken. Also ihr müsst die zwei hier falzen dagegen drücken. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. So. Schließen. Und hier der da. Die kleinen, das ist ein bisschen schwieriger. So. Aber ihr stellt den hoch, dann habt ihr hier das Loch. Und dann könnt ihr hier gut rüberknicken. So. Rein. Also. Reinknicken. Also. Reinknicken. Schließen. Und dann hier beides falzen. So. Und dann nochmal mit dem Falzbein über alles drüber gehen. So. Und dann habt ihr eure hier. Eure Popup-Streifen quasi. So. Und das können wir jetzt in unsere Karte reingeben. Die Karte falzen wir uns noch. Die Karte ist ein bisschen größer. Die wird bei 10,5 falzen. So. Jetzt machen wir das Ganze auf und legen uns das hier schön in unsere Knicke rein. Genau. Dann legen wir uns das einmal hier zusammen. So. So. Das ist schön, dass alles klebt. Dann. Dann können wir die hier, die oberste schon mal schön reinkleben. Links und rechts. Schauen, dass es passt vom Abstand. Und dann schön gerade richtig in meinen Knick rein. So. Wäre schon die erste Hälfte geschafft. Dann klappe ich sie zu. Und dann kommt hier auch nochmal mein Kleber drauf. Das war jetzt blöd. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Jetzt werde ich da ein bisschen reingerutschen. Kleber. So. Genau. So müsste das jetzt bei euch auch ausschauen. Also Kronenkarte ist 21 x 14,8. Und das Innenblatt ist 14,4 x 20,6. Immer minus 4 Millimeter. Da habe ich einen schönen kleinen Rand außenrum. So. Dann kommen wir zu unseren Seerosen. Ich habe hier einmal die große mit dem großen Blatt. Dann eine kleine gelbe mit einem kleinen Blatt. Dann eine kleine pinke. Hier auch mit so einem Blatt. Und dann habe ich noch eine kleine gelbe. Ah ne. So ein kleines Blatt. Genau. Und dann habe ich die zwei bei der. Und die kriegen wir uns jetzt als erstes Feld. Und zwar, dass die, dass hier dieser Mittelpunkt von der Seerose auch hier im Mittelpunkt ist. Oder habe ich die draufgelegt. Jetzt muss ich schnell spicken. Das muss ich jetzt nicht machen. Ja. Habe ich draufgelegt. Zeige ich euch gleich. Also hier unten ein bisschen Kleber ran. So. Und ich habe die so draufgelegt, dass die unteren zwei Blütenblätter gerade nicht mehr übers Blatt schauen können. So. Da liegt die nämlich auch schön drauf. Genau. So. Bei den zwei. Die liegen schön hier an der Seite. Die habe ich ein bisschen weiter nach rechts versetzt. So. Und die gelbe. Drehe ich das jetzt nach links, das Blatt. Weil ich die jetzt rechts ansetze. Da hinsetze. So. Und die hier bekommt zwei der Blütenblätter. Also zwei so Blütenblätter. Ja. Dann habe ich nicht nur Seerosen. Genau. So. Und dann das hintere schaut so ein bisschen vor. Gut. Lassen wir mal kleben. Jetzt sagen. Ja. Äh. Wir können... Am besten wäre genau hier kleben drauf. Und nicht bis zum Ende. Weil ich will jetzt nicht, dass der da rauf quillt. Also nur so minus drei Millimeter oben und unten von der Falz entfernt. Und dann ganz natürlich aus Papier setzen. Und dann einfach hier so randrücken an den Streifen. Wie dick der Streifen ist. Also er soll natürlich nicht so breit sein. Ähm. Es langt also unordentlich ganz dünn. So fünf Millimeter. Ungefähr. Bei den Kleinen ist es natürlich schon ein bisschen fribel. Und ihr schaut bitte, dass hier rechts das Blüten... äh, das Serosenblatt nicht raus steht. Das ist sehr wichtig. So. Und andrücken. Gut. Und so funktioniert... Also könnt ihr mit allem möglich machen. Was natürlich eine große Fläche hier vorne hat. Also mit so sehr filigranen Stanzformen geht es natürlich nicht. Oder schaut nicht so gut aus. Ihr braucht hier vorne schon eine Fläche. Und mit dem Marienkäfer würde ich es probieren. Und... Also... Ich bin da. Wäre da gleich dabei. So. Genau. Wenn wir es jetzt so machen, dann fallen die... Und fallen die um. Also ganz wie sie eigentlich. So. Können sie nochmal schön nachfalzen hier. Genau. Also innen sind wir jetzt fertig. Es fehlt außen noch. Ich habe hier ein Stück, ähm, grüner Apfel. Okay. Da habe ich vielleicht vorher auch nicht, ähm, erwähnt, dass ich die sehr großen Blätter auch in grüner Apfel... ...gestempelt habe. So. Also. Dann machen wir jetzt auf. 14,1. Mal 10,1. Das ist auch minus 4 Millimeter jeweils. Und dann habe ich mir noch dieses Designer Papier ausgesucht. Zwar nehmen wir aber die Rückseite. Das ist hier das Schöne. So. Und das hat jetzt 9,7 in der Breite. Und in der Länge 14,0. Und dann können wir hier die beiden draufklicken. So. Dann haben wir es aufgeklebt. Unsere zwei, ähm, Papiere. Dann nehmen wir uns nochmal die Stempelunterlage. Und unsere zwei Stempel hier oben drauf. Ähm, bei meiner euch gezeigten Karte habe ich hier zweimal die kleine Blüte. Jetzt brauche ich sie nur einmal, weil ich dafür ja hier diese Spitze verwende. Naja. Genau. Sonst wird es zu viel. Also finde ich. So. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich hier diese Blume hier ausgemalt habe. Und zwar ganz einfach, denn diese Stempel von der Seerose sind Wendestempel. Das hat jetzt Stampin' Up ganz neu. Das heißt, du kannst auf der Hintergrundseite auch stempeln. Und das machen wir jetzt auch. Also das zeige ich euch. Genau. Also einmal drehen. Und ihr nehmt die glatte Oberfläche. Und die taucht jetzt euch ein. Moment. Da brauchen wir mal ein Stück Papier. So. So. Denn wir stempeln einmal ab. Und stempeln dann auf unsere Seerose. Und zwar, ihr orientiert euch nur in der Mitte, dass das passt. Und dann stempelt ihr drauf los. Natürlich, da jetzt der Spiegel verkehrt ist, geht er natürlich nicht überall hin. Ist ja klar. Und das macht aber diesen besonderen Effekt, finde ich. Also er muss nicht überall drauf. Nur so ein bisschen. Und so sieht es dann aus. Klappt natürlich mit dem Kleinen auch. Schuck dir wupp. Einmal drehen. Für die gelben habe ich Safrangel gewendet. So. Einmal hier rein. Abstempeln. Und einmal auf euer Stempel. Also auf euer gestempelte Motiv. Mal schauen, an was ich mich orientiere. An den da. Genau. Also ich habe mich hier an diesen hier, an den dickeren, an das dickere Blatt hier orientiert. Und dann kommst du eigentlich ganz gut hin. So. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ist leicht gemacht. Muss man nicht viel kolorieren. So. Dann zu unserer Karte. Ganz schön. Und hier habe ich ja den Spruch. Man verliebt in Paris. Ich dachte mir, wir kleben uns den jetzt hier so drauf. Dann kommt hier an der rechten Seite unsere Öl ein bisschen hoch. So. Und hier hinten unsere Schleife. Und so machen wir uns das jetzt. Genau. So. Wir haben einen Tombow. Und die dem Menschenreiß. Und natürlich unsere Schleife. Hier diese kleinen Miniklebepunkte. Genau. Ich gebe jetzt hier auf den Balken Kleber drauf. Ganz dünne Schicht. Ich gebe mir hier. Das hier so. So. Dann kommt hier die Rose. So. Und auf das kommen jetzt die Menschen. So. Da setze ich jetzt einen hin. Dann müsste ich schon mal fest. Die Rose wird jetzt so wie sie jetzt ist angeklebt. Hier wird nicht mehr verrutscht. Entschuldigung. So, dass ich gerade bin. Weiter noch so. Und sieht man das weh ja nicht. So. Na ja. Geht gerade so. So. Wie seht man kleben sie hier drauf? Oder wie kleben sie wieder drunter? Oder hier hoch? So. Ich glaube, dass ich die draufklebe jetzt. So. Das geht auch ganz einfach. Ihr müsst euch hier einen Clutter so eindrehen. auf so ein spitzes Dingens. Auf so ein Lochwerkzeug sage ich jetzt mal. So. Und dann kommt der Klebepunkt genau hier hinter diesen Schleifenkörper. So. So. Und jetzt klebt der genau dahinter. Dann können wir den hier so schön anbringen. Wenn das jetzt ein bisschen wegsteht, machen wir einfach noch die Dimension hin. Jetzt schneiden wir uns das eins auseinander. Wir brauchen hier viel. Und die Ecke hier unten. Damit es immer so ein bisschen hochkommt. So. Jetzt klebt es fest unsere Schleife. So. Jetzt natürlich noch Perlchen. Brauchen wir Anu. So. So. Wir fangen. So. Wir fangen. Die Kleinen an. Dann nehmen wir mittler. Und die großen. So. Genau. Und dann sind wir schon fertig. So. So. Wie gesagt. Ganz einfach. Wichtig ist, dass Form der Spruch viel über diese Karte aussagt. Genau. Oder einfach einen neutralen Spruch, wie ich es jetzt gemacht habe. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Stampin Kreativ. Wenn es wieder heißt, immer wieder montags. Servus und bis bald. Dann gehe ich einfach nicht heute fin- Pine Annahnen. Seid kreif. Wenn wirklich passiert. Das ist wieder mit einemWarren. Immer planen im produzieren nochmal hier. Es ist wieder mit einer бу